Jaaa! Jawoll! Nach innen! Nach innen! Ungegangen! Jaaa! Was gedacht ich dann? Aplafi! 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 Niko, komm, mach was. Auf Niko. Jawohl. Und hinterher. Schön. Jetzt können wir einen machen. Komm schon mal hin! Bitte schön. Dankeschön. Da noch rein? Oh, super! Ich muss unten meine Rose, glaube ich wohl. Oh, bumm. Jawohl! Bitte! Hör auf, Turtel. Ich kann das nicht hören. Ich kann das nicht hören. Das war's für heute. Wenn man in der 22 fängt, darf man Mark rufen, dann geht es da weiter, dann kriegt man dort den Ball, wo man ihn gefangen hat, so wie in Neckau eben. Wow. Oh, noch Akku für eine Minute. Akku für eine Minute, jetzt muss der Versuch kommen. Nein! Vorwurf, leider. Wir haben den gemacht, die haben den Ball. Bruno ist ja dann nach vorne gefallen. 13. 13. 13. 13-10. 14. 14. 15. 16. 15. 16. 17. 18. 18. 15. 16. 18. 19. Jawohl! Kommt! Unser Baldadou festgehalten am Boden. Wenn er am Boden ist, muss er ihn loslassen. Jawohl! Nochmal 10 Meter. Jetzt kann er ihn schon fast sitzen. Ah, ist zu weit. Ah, scheiße! Schade, Paul, weiter! Ja, ich hab nicht... Was hat er denn gemacht, Turtle? Hast du das gesehen? Die ganze Zeit nur am Rekanis. Ja, das waren die letzten 5 Minuten.